Wir kommen zu einem Rundgang durch Ihren Strato-Webshop. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne alle wichtigen Funktionen Ihres Online-Shops zeigen. Ihnen helfen, sich in der Administration zu orientieren und die verschiedenen Bereiche Ihres Shops bedienen zu lernen. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und so weiter, klicken Sie auf Shop erstellen. Der Online-Shop wird für Sie generiert und Sie landen hier in diesem Begrüßungsbildschirm. Wenn Sie das erste Mal hier landen, startet auch eine kleine Tour, die Sie durch die Administration führt. Ich empfehle Ihnen, diese Tour in aller Ruhe einmal zu machen. Sie können diese auch jederzeit neu starten, indem Sie auf Hilfe im linken Menü klicken. Dort gibt es die Möglichkeit, die Administrationstour und auch alle anderen Touren noch einmal von vorne zu beginnen. Gestaltungsmöglichkeiten. Zunächst einmal schauen wir uns an, welche Möglichkeiten es gibt, Ihren Shop zu gestalten. Wir gehen hier links im Hauptmenü auf den Editor, klicken auf Editor und es öffnet sich ein neues Fenster. Das hier ist das Vorschaufenster der aktuellen Seite, die wir jetzt bearbeiten können. Schauen wir uns hier links an, wie das Menü aufgebaut ist. Ich klappe einmal Seiten zu und wir sehen, das Menü besteht aus Inhaltselementen, Seiten und Designvorlagen. Häufig ist es die Vorlage, die man zuerst auswählt. Darum werden wir auch damit jetzt starten. Ich klicke hier auf Designvorlagen und wir sehen, welches die aktuell gewählte Vorlage ist. Durch einen weiteren Klick auf Vorlage auswählen, komme ich in eine Übersicht über alle vorhandenen Designvorlagen. Hier finden Sie jetzt eine vielfältige Auswahl und zu jeder dieser Vorlagen existiert ein Demonstrationsshop, der entsprechend vorausgefüllte Inhalte hat, sodass Sie sich auch mit der Funktionalität und dem Design der jeweiligen Vorlage auseinandersetzen können, bevor Sie sich dafür entscheiden. Sie haben auch die Möglichkeit, so über eine Vorlage drüber zu gehen und Sie sehen, es wird mir angeboten, eine Vorschau in meinem Shop zu sehen und durch einen Klick öffnet sich eine Vorschau dieser Designvorlage mit den Inhaltselementen, die ich eventuell schon erstellt habe. Haben wir uns einmal für eine Designvorlage entschieden, ich wähle hier jetzt mal Editorial Modern aus, klicke ich einfach auf Auswählen, Speichern und in der Vorschau ändert sich die Ansicht auf die von uns gewählte Designvorlage. Seiten Um zwischen verschiedenen Seiten zu navigieren, klicken Sie einfach auf eine Seite in der Vorschau und der große Bildschirm hier wechselt ebenfalls zu dieser Seite. Sie haben jetzt die Möglichkeit, diese Seite hier direkt zu bearbeiten. Sie sehen, dass von den vorangelegten Beispielseiten es bereits Inhalte gibt. Diese können Sie zum Beispiel mit Hilfe dieses Ankerpunktes verschieben und an eine andere Position bewegen. Sie können diese Elemente löschen oder Sie können diese Elemente farblich hinterlegen. Die Seiten unterteilen sich grundsätzlich in Kategorieseiten, Inhaltsseiten und rechtliche Seiten. In Kategorieseiten finden wir üblicherweise unseren Produktkatalog. Inhaltsseiten sind Seiten wie über uns, unsere Philosophie, ähnliche Seiten, die Sie frei gestalten können, allerdings keine große Mengen an Produkte an diese Seiten anhängen können. Und die rechtlichen Seiten sind so gehalten, dass dort nur Text möglich ist, denn hier wollen wir ja ganz rechtssicher alle wichtigen Texte unterbringen, wie zum Beispiel Impressum, Datenschutzerklärung und so weiter. Inhaltselemente Unter dem Reiter Inhaltselemente können Sie der Seite, die Sie aktuell bearbeiten, neue Elemente hinzufügen. Die verschiedenen Elemente unterteilen sich in Bilder, Texte, Bildgalerien, Videos, Karten, also hier zum Beispiel die Möglichkeit, einen Google-Map-Link einzubinden. Sie können eine kleine Produktvorschau verschiedener ausgewählter Produkte hier leisten. Sie können selber per HTML ein Element gestalten, ein Kontaktformular oder eine Trennlinie einfügen. Alles ganz einfach und mit wenigen Klicks möglich. Lassen Sie mich den Ablauf jetzt einmal demonstrieren. Ich wähle die Seite, die ich bearbeiten möchte. In unserem Fall die Home, also die Startseite. Sie sehen, hier gibt es bereits vorgefertigte Elemente. Ich möchte jetzt dieses vorgefertigte Element ergänzen durch ein eigenes Inhaltselement. Dazu klicke ich auf Inhaltselemente, wähle Bilder, Bild dreispaltig. Ich klicke jetzt mit meiner linken Maustaste auf dieses Element, ziehe es hier rüber, bis dieser blaue Balken erscheint und lasse es los. Ich habe jetzt ein neues Element platziert. Sie sehen auch, dass wir hier vorgeschlagen bekommen, in welcher Größe, also der Pixelgröße, wir hier Bilder hochladen sollten. Hier wird empfohlen mindestens 1080 Pixel. Durch einen Klick auf Bild hinzufügen, gelange ich jetzt in einen meiner Bildordner und kann ein entsprechendes Bild auswählen. Jetzt habe ich drei neue Bilder hinzugefügt. Wir sehen, dass diese Bilder alle zwar die einheitliche Breite haben und die Abstände schon einheitlich sind, die Höhe der Bilder aber natürlich vom Originalbild noch abhängig war. Das Tolle ist, Sie können jetzt ohne das Hinzuziehen eines Grafikprogramms oder ähnlicher Programme direkt im Shop die Bilder bearbeiten und zuschneiden auf Ihr gewünschtes Format. Klicken Sie dazu einfach auf das Zuschneide-Symbol, wählen Sie das gewünschte Format, hier zum Beispiel 4 zu 3, definieren Sie den Bildausschnitt, den Sie im 4 zu 3 Format nutzen wollen und klicken Sie auf Speichern. Gehen wir zurück auf Seiten. Wir befinden uns hier immer noch auf unserer Startseite, also auf der Home-Seite und wir sehen in unserer Vorschau hier unten in der Mitte noch ein kleines Menü. Dieses Menü dient dazu, Einstellungen im Shop zu machen, die dann auf jeder Seite sichtbar sind. Es handelt sich hier um Einstellungen für den Header-Bereich, wo ich zum Beispiel mich entscheiden kann, ob ich mein Logo anzeigen möchte oder nur den Namen meines Shops. Einstellungen für den Futter-Bereich. Hier gibt es zum Beispiel die Auswahl von verschiedenen Bezahlanbietern, Visa, PayPal, American Express und so weiter. Wenn Sie jetzt also darauf hinweisen wollen, dass Sie gar kein American Express oder gar kein Klana als Dienstleister zur Verfügung haben, dafür aber Rechnung und Vorkasse anbieten, klicken Sie hier einfach die gewünschte Zahlungsmethode an und es wird ein entsprechendes Symbol erstellt. Das gleiche gilt auch für Versanddienstleister und auch für Ihre Social-Media-Auftritte. Unter Weitere Einstellungen können Sie Ihren Cookie-Hinweis bearbeiten, den Shop mit dem Google Tag Manager verbinden oder ein Verweichen hochladen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Farben des Shops anzupassen. Die Anpassungen hier sind abhängig von der gewählten Designvorlage. Sie können Schriftarten auswählen. Oder für Profis im Webdesign gibt es auch die Möglichkeit, eigenen Code, also CSS, hinzuzufügen. Lassen Sie mich die Funktionen des Editors noch einmal zusammenfassen. Unter Designvorlagen wählen wir unsere Designvorlage aus. Unter Seiten wählen wir die Seite aus, die wir aktuell bearbeiten möchten oder fügen auch eine neue Inhaltsseite hinzu. Unter Inhaltselemente wählen wir die Inhalte aus, die wir auf unserer Seite zeigen wollen und ziehen diese per Drag & Drop einfach auf unsere Seite. So einfach und schnell können Sie die Gestaltung Ihres Shops vornehmen. Zurück zum Hauptmenü. Produkte. Schauen wir uns jetzt die Produkte an. Unter Produkte anzeigen sehen Sie, dass unser Beispielshop hier schon ein paar vorgefertigte Produkte besitzt. Auch für den Bereich Produkte finden Sie unter Hilfe eine kleine Tour, die Sie durch das Erstellen eines Produkts führt. Machen wir das aber einmal gemeinsam. Ich klicke auf Hinzufügen, um ein neues Produkt zu erstellen. Hier finden Sie jetzt viele Felder, die Sie ausfüllen können. Manche davon sind optional. Jedes Produkt braucht einen Produktnamen, eine kurze Beschreibung, einen Listenpreis und natürlich ein Bild. Füllen wir einmal diese vier Bereiche aus. Bis zum nächsten Mal. So schnell geht das Ganze. Vielleicht noch korrigieren, was wir gemacht haben. Wunderbar. Wir haben einen Produktnamen vergeben. Ein paar Worte im Bereich Beschreibung hinterlassen. Das sollten natürlich idealerweise deutlich mehr Worte sein. Ein Preis festgelegt und ein Bild hochgeladen. Natürlich können Sie auch mehrere Bilder unternehmen. Oder ein YouTube- oder Vimeo-Video hier hochladen. Sie können den Text auch ganz einfach bearbeiten. Zum Beispiel etwas fettdrucken, kursiv machen. Oder aus ein paar Stichpunkten eine Aufzählungsliste erstellen. Mit einem Klick auf Speichern speichern wir unsere Arbeit ab. Und können jetzt auf Shop-Anzeigen klicken. Und sehen das T-Shirt, was wir gerade erstellt haben. Automatisch sehen Sie hier gibt es eine Zoom-Funktion, die Ihnen die Details des Bildes besser zeigt. Sie sehen den Namen des Produktes, den Preis und die von uns angelegte Beschreibung. Jetzt müssen wir das Produkt noch einer Kategorie zuweisen. Auch im Rahmen des Ausfüllens der Produktdaten sehen Sie hier einen Bereich, der sagt Kategorie zuweisen. Ich klicke hier drauf und wähle in unserem Fall mal die Startseite aus, also Home. Und sage übernehmen. Probieren wir nochmal aus, was wir jetzt gemacht haben. Dazu klicke ich hier wieder auf Ihren Shop-Anzeigen. Wir sehen also wieder die Produkt-Detail-Seite. Wir klicken jetzt zum Beispiel auf den Namen des Shops, landen auf der Startseite. Wir könnten auch auf Home klicken. Sehen hier die vorgefertigten Inhalte, die Bilder, die wir bereits hinzugefügt haben. Und hier taucht jetzt auch unser T-Shirt auf. Alles richtig gemacht. Und das sind auch schon die wichtigsten Angaben, die Sie bei jedem Produkt machen müssen. Natürlich gibt es noch viele Optionen mehr. Sie können Streichpreise angeben, Referenzpreise bei zum Beispiel Lebensmitteln. Sie können die Maße des Produktes angeben, Herstellerinformationen. Sie können im Shop direkt den Bestand des Produktes überprüfen, einen Lagerbestand anlegen, einen Mindestlagerbestand festlegen. Sie können rechtliche Angaben machen, ein Produktdatenblatt oder Energielabel hochladen und vieles mehr. Zusätzlich können Sie aus Ihrem Produkt ein Variationsprodukt machen, indem Sie dem T-Shirt jetzt noch zusätzliche Größen zuweisen. Sie wollen das natürlich vielleicht in S, M, L und XL verkaufen. Sie können über Cross-Selling auf andere Produkte in Ihrem Shop hinweisen. Sie kennen das üblicherweise über Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgendes Produkt gekauft. Und Sie können Staffelpreise oder kundenspezifische Preise anlegen. Das bedeutet, je mehr ich zum Beispiel von diesen T-Shirts kaufe, kaufe ich drei Stück, kostet mich jedes T-Shirt nur noch 9 Euro. Das wäre ein Staffelpreis. Den können Sie entweder all Ihren Kunden zur Verfügung stellen oder dies auf bestimmte Kunden, die sich zum Beispiel einloggen müssen in dem Shop, beschränken und nur Ihren Stammkunden, VIP-Kunden oder Club-Kunden diese Preisvorteile zugänglich machen. Das Ganze finden Sie dann hier unter kundenspezifische Preise. Kategorien verwalten. Wenn ich jetzt auf den Bereich Kategorien verwalten klicke, sehen Sie hier oben immer, in welcher Kategorie wir uns aktuell bewegen. In diesem Falle hier wieder Home, also die Startseite. Und welche Unterkategorien zur Startseite angelegt sind. Hier einfach eine Seite, eine Beispielseite, die Kategorien heißt. Ich werde jetzt eine neue Unterseite zur Startseite anlegen, und zwar Herrenmode. Dann werde ich in Herrenmode gehen und dort eine weitere Unterseite anlegen, die wir Herren-T-Shirts nennen. Schauen wir uns das einmal an. So schnell geht das Ganze. Mit wenigen Klicks habe ich Unterseiten zu meiner Startseite entworfen, die ich hier Herrenmode genannt habe. Bin dann auf Herrenmode gegangen, auf Kategorien, um hier eine Unterseite zur Herrenmode-Seite zu erstellen, nämlich Herren-T-Shirts. Überprüfen wir das Ganze wieder, indem wir uns unseren Shop anzeigen lassen. Ich klicke auf meinen Shop, um zur Startseite zu gelangen. Jetzt sehen wir, wir haben eine neue Seite hier erstellt, Herrenmode. Herrenmode kann ich ausklappen und sehe direkt die Kategorie Herren-T-Shirts. Das hier ist also die Hauptseite, mein Shop. Die Unterseite ist Herrenmode und deren Unterseite Herren-T-Shirts. Wenn ich jetzt auf Herren-T-Shirts klicke und dann auf den Reiter Produkte, dann auf Produkte zuweisen, kann ich jetzt das von uns erstellte Herren-T-Shirt in die korrekte Kategorie übernehmen. Einfach auf Übernehmen klicken. Und wir überprüfen wieder unsere Arbeit. Ihren Shop anzeigen, Herren-T-Shirts, diesmal gemeint die Kategorie. Und jetzt sehen wir, in der vormals leeren Kategorie Herren-T-Shirts befindet sich jetzt unser erstes Produkt. Jetzt könnten wir diese Seite noch mit Inhaltselementen befüllen und natürlich mit viel mehr Produkten. Und das war es auch schon zum Thema Produkte und Kategorien. Nochmal zur Wiederholung. Produkte anzeigen. Hier können Sie neue Produkte hinzufügen. Kategorien verwalten. Hier können Sie neue Kategorien anlegen. Und bei Produkttypen verwalten können Sie diese Variation, die ich vormals erwähnt habe, also zum Beispiel eine bestimmte Gruppe Produkte, die alle die Größe SML XL hat, erstellen. Gehen wir weiter im Menü. Unter Kunden finden Sie Ihre Kundendaten und können auch Ihre Kunden zu Kundengruppen zusammenfassen. Natürlich erst, wenn sich ein Kunde zum Beispiel mit Ihrem Shop registriert hat. Aktuell ist das natürlich hier leer. Aber hier sehen Sie dann später die Namen, die Kundennummer, das Land, aus dem bestellt wurde oder das geliefert werden soll und so weiter. Also alle Möglichkeiten, Ihre Kundendaten zu verwalten. Über den Editor haben wir gesprochen. Das nächste wäre jetzt hier der Bereich Marketing. Mit Marketingmaßnahmen machen wir unseren Shop natürlich erfolgreich. Es gibt hier zum einen Produktportale. Hier können Sie Ihren Shop verbinden mit Portalen wie billiger.de, günstiger.de, Idealo und so weiter. Und Ihren gesamten Produktkatalog, den Sie hier im Shop erstellt haben, an diese Seiten übertragen. Ihre Produkte werden dann auch dort gelistet und Sie können so besser gefunden werden. Im Bereich Gutscheine können Sie Gutscheine anlegen, um zum Beispiel Ihrem Kunden über einen Code, einen Gutscheincode, den er eingibt, einen 5-Euro-Vorteil zu vermitteln. Eine super Marketingmaßnahme, gerade zum Start eines Shops. Unter Google können Sie alle wichtigen Verbindungen zu den wichtigen Google-Funktionalitäten tätigen. Zum Beispiel können Sie Ihren Shop mit der Google-Search-Konsole verbinden, mit dem beliebten Google Analytics. Wenn Sie bezahlte Werbung auf Google machen wollen, dann können Sie den Shop hier mit Google AdWords verbinden oder mit Google Shopping. Weiterhin gibt es eine Schnittstelle zu Amazon, wo Sie entsprechende Anpassungen machen müssen. Einfach aktivieren die Schnittstelle, speichern klicken, dann auf das entsprechende Amazon-Land gehen und dann finden Sie hier eine ausführliche Anleitung, wie Sie Ihren Amazon-Account mit dem Shop verbinden müssen. Das gleiche gibt es für eBay. Auch bei eBay können Sie Ihren Shop mit einer eBay-Plattform verbinden. Hinzufügen, Angebotsplattform auswählen, Deutschland zum Beispiel. Klick und auch hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren eBay-Geschäftsaccount jetzt mit Ihrem Online-Shop verbinden können. Dann gibt es eine Partnerschaft mit Trusted Shops, die einen Gütesiegel, Käuferschutz, Shot-Bewertung, aber auch Rechtstexte für Sie liefern können. Und die Möglichkeit, Ihren Shop mit Facebook in Form des Facebook-Pixels zu verbinden, um alle Ihre Besucher später auf Facebook bewerben zu können. Reichen Ihnen diese Maßnahmen noch nicht aus im Bereich Marketing? Haben wir noch Apps. Apps sind zusätzliche Funktionalitäten externer Firmen, die Sie ganz einfach in Ihrem Shop installieren können. Wollen Sie zum Beispiel einen Rechtsservice von der IT-Rechtskanzlei? Gehen Sie hier auf die entsprechende App. Klicken auf Mehr erfahren. Sie kriegen hier genau erklärt, was diese Funktionalität machen würde in Ihrem Shop. Können die App installieren und sich natürlich auf der Internetseite des Anbieters vorher informieren, gegebenenfalls vorher dort ein Konto anlegen, um zu gucken, welche Kosten auf Sie zukommen, wenn Sie mit einem solcher Partner ins Geschäft kommen. Es gibt Apps im Bereich Bestandsverwaltung. Hier zum Beispiel Bilbi, einer unserer Partner, die Ihnen ermöglichen, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren. Sie können also zum Beispiel Packlisten für Ihre Lagerverwaltung erstellen, ganz einfach mit wenigen Klicks viele Rechnungen erzeugen und die direkt über eine DATEV-Schnittstelle auch exportieren, einen Bestandsabgleich mit vielen anderen Plattformen machen und so weiter. Sie wollen Newsletter-Marketing vielleicht betreiben, dann ist Newsletter2go ein möglicher Partner, aber auch es gibt andere Partner. Einfach hier mal auf Mehranzeigen klicken und wir sehen, dass es hier zum Beispiel auch Cleverreach gibt, die ebenfalls Newsletter-Marketing anbieten. Es gibt Möglichkeiten, den Versand zu optimieren mit unseren Partnern SendCloud oder Packlink. Ihre Buchhaltung mit einfachen Partnern abzuwickeln, wie zum Beispiel LexOffice oder EasyBill oder natürlich noch viel mehr Funktionalitäten im Bereich Social Media. Alles, was jetzt noch fehlt, sind ein paar Einstellungen. Unter Allgemeine Einstellungen können Sie nochmal Ihren Firmennamen hinzufügen, den Status Ihres Shops von geschlossen auf offen ändern, sobald Sie zufrieden sind mit all Ihren Maßnahmen. Sie können auch zusätzliche Daten, Telefonnummer, Faxnummer, mehrere Adresszeilen und natürlich sowas wie Umsatzsteuer-ID-Nummer hier hinterlegen. Internationalisierung gibt Ihnen die Möglichkeit, zusätzliche Sprache in Ihrem Shop zu aktivieren. Der Bereich Steuern ist eine Übersicht über die aktuellen Steuersätze, die erhoben werden, im jeweiligen Land, wo Sie Ihren Shop betreiben. Hier natürlich jetzt beispielhaft für Deutschland. Unter Steuermodell können Sie sich entscheiden, ob Sie Brutto- oder Nettopreise in Ihrem Shop anzeigen. Sobald Sie an Endverbraucher verkaufen, müssen Sie natürlich Bruttopreise zeigen, aber vielleicht dient Ihr Shop nur dem Geschäft mit anderen Geschäftskunden und dann dürfen Sie auch hier Nettowählen. Es gibt außerdem natürlich die Möglichkeit, dass Sie keine Umsatzsteuer ausweisen müssen, zum Beispiel als Kleinunternehmerregelung. Im Bereich Versand gibt es bereits voreingestellte Versandmöglichkeiten. Sie können aber auch neue hinzufügen, zum Beispiel Ihren DHL-Geschäftskunden-Account direkt mit dem Shop verbinden, um Versandaufkleber und Ähnliches direkt im Shop zu drucken. Unter Zahlung finden Sie auch hier voreingestellte Möglichkeiten. In der Regel ist das Vorkasse, Rechnung und Nachnahme. Aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, beliebte Zahldienstleister, wie zum Beispiel PayPal, Molly oder Klarna oder natürlich auch Amazon Pay, mit wenigen Klicks Ihrem Shop hinzuzufügen. Sie gehen zum Beispiel auf PayPal, wählen aus, ob Sie PayPal Express oder PayPal Plus wählen möchten, klicken einfach auf Hinzufügen und auch hier, wie üblich, finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren existierenden Geschäftskunden-Paypal-Account mit Ihrem Online-Shop verbinden. Unter E-Mail-Ereignissen können Sie festlegen, welche E-Mails zu welchem Zeitpunkt an die Käufer Ihrer Produkte geschickt werden. So können Sie zum Beispiel für jeden Bestellstatus, sobald der sich verändert, eine Ware beispielsweise versendet wurde, eine automatische E-Mail auslösen lassen, die dem Käufer mitteilt, dass die Ware jetzt zu ihm unterwegs ist. Sie können sich dafür entscheiden, den Produkt-Zoom, den wir uns vorhin beim T-Shirt angeschaut haben, zu aktivieren oder zu deaktivieren. Unter Bestelldokumente können Sie Ihre Bestelldokumente gestalten, Rechnung, Lieferschein, Rechnungskorrektur. Viele dieser Elemente existieren bereits vorgefertigt, weil einfach Ihre Daten natürlich aus Ihrem Shop benutzt werden, beziehungsweise die Daten des jeweiligen Käufers, der bei Ihnen eingekauft hat. Sie können hier auch noch Ihr Logo anzeigen lassen, wenn Sie möchten. Und dann gibt es hier Platzbereiche für freien Text. Und natürlich auch einen Bereich, wo Sie Ihre Fußzeile hinterlegen können, um zum Beispiel Bankverbindungen und so weiter auf der Rechnung zu nennen. Unter Bestellprozess haben Sie die Möglichkeit, Dinge zu Pflichtfeldern zu machen, wie sowas AGB zum Beispiel vor der Bestellung zu akzeptieren oder aufs Widerrufsrecht verzichten, was in bestimmten Fällen erlaubt ist, in vielen aber auch nicht. Und Sie können die Adressfelder festlegen, die ein Kunde vorm Kauf angeben muss. Vielleicht verkaufen Sie erlesene Weine und fragen deswegen das Geburtsdatum ab, um sicherzugehen, dass der Käufer bei Ihnen im Shop auch über 18 ist. Fast alle Daten, die Sie im Shop anlegen, Produktdaten, Kategoriedaten, Kundendaten, Produkttypen, Staffelpreise und Cross-Selling können Sie auch mit dem beliebten CSV-Format exportieren und in andere Systeme dann importieren. Bleibt noch der Bereich Hilfe, wo Sie einen Link finden zu unserem Hilfe-Center, was Ihnen ausführlich alle Bereiche des Shops erklärt, inklusive Screenshots, Videos und vieles mehr. Wollen Sie eine der Touren noch einmal starten, sehen Sie hier die Links zur Administrationstour, rechtliche Seitentour und Produkttour und hier schon eine kleine Auswahl an Tutorial-Videos. Ich hoffe, Ihnen einen guten Überblick über alle wichtigen Funktionen des Stratum-Webshops geboten zu haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tag. Ich hoffe, Ihnen hat ein paar Stunden müssen wir an den Abschluss Vielen Dank.